Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch einen sehr hochwertigen und edlen Dock für die Apple Watch etwas näher zeigen. Bleibt auf jeden Fall auch bis zum Ende dran, denn da könnt ihr noch etwas gewinnen. Weiter geht's nach dem Intro. Viel Spaß! Das Dock kommt aus dem Hause Glas und wird in dieser echt schicken Verpackung zu einem geliefert. Man merkt direkt, dass sich der Hersteller auch dabei einige Gedanken zur Verpackung gemacht hat. Denn wenn man den oberen Teil anhebt, breitet sich der untere Teil nach außen aus, was extrem cool aussieht. Im Lieferumfang befindet sich lediglich das Apple Watch Dock, welches wir uns aber nun etwas genauer ansehen. Hierbei gibt es insgesamt drei unterschiedliche Farbvarianten. Space Grau, Silber und Gold, passend zu den Farben der Apple Watch und des iPhones. Direkt nach dem Auspacken fällt einem sofort die sehr hochwertige und edle Verarbeitung des Docks auf. Gefertigt wurde das Dock komplett aus Aluminium und besonders gefällt mir hier die Diamantschliffkante, welche an das iPhone 5S Design erinnert. Auf der Unterseite befindet sich ein weiches und zudem etwas rutschfestes Material. Dies sorgt dazu, dass der Untergrund, auf dem das Dock steht, nicht zerkratzt wird. Die Installation des Ladekabels am Dock ist ebenfalls sehr einfach gehalten. Hierzu muss zunächst der obere Teil des Docks abgenommen werden. Anschließend kann man das Kabel nach unten durchführen, sodass nur noch etwa so 10 cm übrig bleiben. Jetzt kann der obere Teil wieder drauf gesteckt werden und das Ladekabel entsprechend angepasst werden. Anschließend kann auch schon die Schutzfolie des Klebepads entfernt werden und der Ladeconnector draufgeklebt werden. Anschließend kann man das Kabel dann an der Schiene entlanglegen und auf der Unterseite einklippen. Das war es dann jetzt auch schon von der Installation und nun kann die Apple Watch geladen werden. Alles in allem bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Glas-Dock für die Apple Watch. Es macht echt was her auf dem Schreibtisch und sieht definitiv besser aus, als wenn die Apple Watch zum Laden lediglich auf dem Tisch legt. Zudem hat mich die sehr hochwertig unedel gehaltene Verarbeitung des Docks sehr überzeugt. Lediglich das Kabel könnte meiner Meinung nach etwas fester in der Führungsschiene gehalten werden. Für 59 Euro bekommt man hier aber auf jeden Fall einen echt klasse Dock für die Apple Watch. Die Links, die sind natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Kommen wir nun wie am Anfang gesagt zum Gewinnspiel. Um daran teilzunehmen müsst ihr lediglich einen Kommentar unter dieses Video schreiben, warum ihr gerne dieses Dock haben möchtet. Insgesamt wird es dann zwei Gewinner geben und die werde ich dann auf Facebook und auf Twitter bekannt geben. Alle Infos zum Gewinnspiel findet ihr auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Ansonsten war es es auch schon wieder voll in diesem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wie immer könnt ihr gerne einen Daumen nach oben geben oder mich unten abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann. Mach's gut. Ciao. Ciao.